Das ist wirklich sehr professionell, weil ihr auch mit Engagement dabei seid und das ist immer das Allerwichtigste. Man muss so eine Passion haben, dann klappt das. Leidenschaft. Dann macht das auch Spaß. Und ich habe gestern, als ich Jungs von der Energie kennengelernt habe, gesagt, was wichtig ist. Das habe ich erst im Alter erfahren. Erstaunlicherweise ist sogar Disziplin ganz wichtig, weil das dir den Rücken freischafft, dass du kreativ sein kannst. Aber das ist immer so ein Prozess, den ihr wahrscheinlich am Anfang auch gehabt habt. Da wollten alle reden und dann gab es ein Zauberwort, das spätkapitalistische Zauberwort-Hierarchie. Aber irgendwann ist das wichtig und dann kann jeder machen, was er will. Beordnet.